da hat sich die jury leicht vertan manuel poppinger nur zum vergleich vorhin in der quali auch 207 meter zumindest dürfte das die führung sein naja siehst es geht doch natürlich geht es also man muss schon den den druckpunkt bringen 215 meter sein hausrekord 203,5 meter nah endlich der erste 200er und ein guter versuch er ist auch der einzige von den österreichern die am start sind der mit zur weltmeisterschaft nach falun fahren darf österreich ergeben mit sechs aktiven hin das heißt da gibt es mit sicherheit dort vor ort noch eine ausscheidung so und das ist erst mal die klare führung für poppinger wird zeigt eben auch wenn man den sprung richtig gut anspricht